Andreas Malessa Vergebliche Verstecke Wenn Nele nicht schlafen kann, springen ihre Gedanken planlos herum, wie eine Katze dem Laserpointer hinterherjagt. Nur noch vier Stunden bis zur Morgenröte. Beflügelnd ist das nicht, wenn die Bilder im Hirn fliegen und der Ruhepuls auf sich warten lässt. Ihre Alltagsroutine als berufstätig alleinerziehende Mutter ist stramm vertaktet. Sie sei übernächtigt, wird sie morgen sagen. Unternächtigt wäre zutreffender. Rechte Seitenlage probieren. Ihr Arm unterm Kopf schläft ein, sie nicht. Wo ist eigentlich das äußerste Meer, von dem sie gestern im Psalm 139 las? An den Küsten der Antarktis? Am Grunde des Mariengrabens im Pazifik? Elf Kilometer tief? Na egal. Es geht ja um den Wunsch, ein Versteck zu finden. Nicht da zu sein. Also auch für nichts zuständig. Wenn Kinder Verstecken spielen, wollen sie letztlich gefunden werden. Erwachsene im echten Leben nicht. Nele dreht sich auf den Bauch, lässt den rechten Arm von der Bettkante hängen. Das pelzige Gefühl lässt nach. Abzuhauen und unauffindbar zu bleiben, das wünschen sich viele. Mindestens 700.000 Scheidungsväter zum Beispiel, die ihren Ex-Frauen die Unterhaltskohle verweigern. Oder jung erwachsene Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben und nicht verraten, wo sie wohnen, wovon sie leben, ob sie geheiratet haben. Oder superreiche Erbinnen mit Briefkastenfirmen in Steueroasen. Oder Makler mit leerstehenden Immobilien, die nur zur Geldwäsche da sind. Witzig. Gott ist überall und immer da. Er findet dich schon. Was vom Pfarrpersonal in der Kirche meist als Trostpsalm, als beruhigende Zusage rezitiert wird, sollten manche Leute mal als Drohung hören. Nele denkt an abgetauchte ehemalige Weggefährten, an Bekannte, denen sie gerne drohen würde. Wälzt sich in Rückenlage, verschränkt beide Arme hinter ihrem Kopf. Nur noch drei Stunden, dann klingelt der Wecker. Wahrscheinlich unnötig. Ist ja heutzutage nicht ganz leicht, unauffindbar zu bleiben, weil über 6000 Satelliten um den Planeten kreisen und alles filmen, bis zur Gesichtserkennung jedes einzelnen Menschen. Google und Co. wissen mehr von einem als man selbst. Nele zieht die Beine an, zupft das Bettlaken glatt. Erfolgreich verstecken sich die Schurken, oder? Wo Igor Gierkin und Sergej Dubinsky jetzt schlafen, weiß vermutlich ihr Schutzpatron Wladimir Putin. Die beiden prorussischen Militionäre hatten 2014 eine Boeing der malaysischen Airline Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen. Mit einer Rakete. 298 holländische Touristen ermordet. Die Kriegsverbrecher sind identifiziert, schuldermittelt und verurteilt worden. Aber nach Holland ausgeliefert werden sie natürlich nicht. Nele versucht die linke Seitenlage und knüllt das Kopfkissen zusammen. Noch zwei Stunden bis zur Morgenröte. Gott ist auch bei denen, die so verzweifelt sind, dass sie verschwinden wollen. So versteht sie den Psalm im Moment. Die sich den anderen verweigern und sich selbst verneinen. Bis hin zum Wunsch, ein Nichts zu sein. Sich zu vernichten. Knapp 10.000 Leute pro Jahr machen das in Deutschland. Es kommen mehr Menschen von eigener Hand ums Leben als im Straßenverkehr. Schrecklich. Weil die emotional zugewandten, praktisch helfenden, fördernd führenden Menschen um sie herum nirgendwo sichtbar wurden? Weil keine haltenden Hände zu finden und keine Liebe in den Gesichtern erkennbar war? Nele ist es zu warm. Bettdecke weg, Fenster halb offen stellen, hinlegen. Deine rechte Hand, Gott würde auch dort mich führen und halten, hatte sie gelesen. Dort? Vielleicht ist das äußerste Meer direkt nebenan. Auf der Palliativstation, im Kinderhospiz, im Trauercafé und auf der Parkbank am Friedhof. Nele spürt Blasendruck, steht auf, geht aufs Klo, Schluss mit dem Kopfkino. Denk was nützliches, Menschenskind. Was ist heute dran? Kaffeeautomat entkalken, Bluse bügeln, Sohn wecken, Pausenbrot präparieren, To-Do-Liste schreiben, Meeting mit Meier, Budgetplanung mit Müller, Abteilungsumtrunk mit Schmidt, Tempo machen bei Schulze und auf dem Heimweg einkaufen. Nele's Morgenröte Flügel fühlen sich schwer und schlapp an. Und zu irgendwelchen äußersten Meeren will sie gar nicht. Aber dazwischen, in ihrer banalen, alltäglichen, mittelmäßigen Normalität, führt und hält und leitet und trägt sie da Gott auch? Andreas Malessa Vergebliche Verstecke Gelesen von Helga Heinold Aus dem diesjährigen Fastenlesebuch Komm Rüber Sieben Wochen ohne Alleingänge Erschienen in der Edition Christmann Aus dem diesjährigen Fastenlesebuch Erschienen in der Edition Christmann Aus dem diesjährigen Fastenlesebuch